Ja, liebe YouTube-Freunde, geht doch nichts, als über so eine Funkensteuerung sich hier hinterfassen hat. Damit lässt sich gut arbeiten. Ein Espresso. Das tut echt gut, so ein Kaffee. Ein bisschen von alles gutem Schottkuchen. So, ich macho stets. So, ich macho die Bebacken, die in die Kaffee. Ich macho das Leitungen im Internet. Gut. Diese gefälbte Fichte hat eine besondere Geschichte, ist einer von den Fichten, die an unserer Hochzeit dabei waren. Ich habe damals im Wald junge Pflanzen geholt, in Töpfe gepflanzt und jeder Gast erhielt eine kleine Fichte als Tischdeco. Davon stehen in dieser Hecke noch vier Stück und zwei nehme ich raus und zwei lasse ich stehen. Und was ich weiter noch weiss, davon stehen noch in Dänemark ein paar Stück. Der beste Freund meines Vaters war Thor Bauer und er hat sie auf seinem Hof gepflanzt. Jawohl, die Geschichte dazu. Ich verwende schadstoffarmes vorgemischtes Benzin und Kettenöl ist ein Bio-Kettenöl. Jetzt ein Video. Die Hühte Schadstoffarmes Das ist jetzt eine kleine Räden, die sich ein roh'n Blahah-Kettenöl ist. Jetzt haben wir Schadstoffễn mit mir. Schadstoffarmes vorgemischtes Benzin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Soviel ist die in 29 Jahren gewachsen. Ja, gerade noch speziell, wenn man denkt, dass diese Fichten bei uns auf dem Tisch waren, bei unserem Hochzeitsmenü. Jawohl. Und ja, zwei lassen wir als Andenken und diese, die anderen zwei sind nicht so schön. Darum müssen sie weg. Und zwei reichen, ja. Gut. Okay. 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 So, Feierabend, halb sechs. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr.